yo leute was geht ich bin mal wieder back up start hier für euch und heute gibt es ein kleines kill duel gegen den ielite von dem ns squad und ja leute heute wird mit der man ohr gespielt lv wie sie das magazin schafft und großkaliber dazu noch ein c4 und paar perks sollte gut 2 1 gut wir spielen mit nonlifal killstreaks und mit keiner töten in spezialfähigkeit einer ist natürlich wieder oben dieser neun bastard der spielt also mit brm komm raus du kleiner bastard die sind echt gut die sind nicht schlecht sind echt gut was ist das für ein sport man genau bei mir connectet kein schuss ich habe keinen bock mehr auf die lobby jetzt schon ich bin zwei minuten kein bock mehr essen ich schwöre es connectet kein schuss bei denen kein einziger schuss perfekt ich werde bis morgen schon geht es eigentlich noch besser Vielen Dank. Es war, ich schwöre, ich habe sogar noch gehört, dass er noch hochgeht. Fuck ey, ich stehe 6, 7. Oh mein Gott. Sauber. Pass auf, pass auf. Drei, nee, zwei Stück noch ins Auto. Alter, ich schwöre, ich habe gar nicht. Das war jetzt das Schlechteste in der Welt. Oh mein Gott. Freut mich der Geist unterwegs. Ja, moin. Ey. Was ist das für eine Granat, die mich oben 10 Kilometer drüber killen kann? Jawohl, Sturmabschuss. Also ich gerne. Jawohl. Das ist ja keine Durchgangskraft hier. Was auch. Oh. Ripper. Boah ey, ich schwöre, was macht der Geist mit uns, man? Beim nächsten Tag kannst du noch ein bisschen mehr schlucken, bitte. Alter, 16, 13, 15. Okay, okay, das ist ja echt ein bisschen. Ey, es kann doch nicht sein, wie lange überlebt denn dieser Drecksgeist? Mann. Setz dich einmal Kampffokus an, sofort down. 20, 15, naja, ist doch okay. Okay. Komm her, du. Jawohl, alle setzen jetzt ihre Spitze an, perfekt. So. Dann läuft der Hase doch. Komm, Drohne raus. Konterdrohne raus, überhaupt nicht red. Jawohl. Kurz vor, oh, mit down. Okay, 600 voll ist kurz vor. Jawohl. Hä, wo war er denn? Okay, einer links, Auto. Es collected einfach kein Schuss. Oh mein Gott, ich höre da, das war ein richtiger One-Shot-Kill. Und diese Leute lieb' ich, die so in mich reinlaufen. Ja, Digga. Jawohl. Okay, jetzt geht's ab, langsam, die Runde. Schade, ey. Die haben Cerberus, perfekt, oder? Ey, lass den mal geil an, ey, ganz ehrlich. Vielleicht hätte er diesen Turn am Konzept, wär vorbei. Jawohl. Jawohl. Schöner Double-Pip. Oh mein Gott, hab ich das noch bekommen. Boah, was ein Movement. Jawoll. Alter, guck mal, wir sind die einzigen beiden, die echt hier ein bisschen was können, echt. Wir sind hier zu durft. Ach, Mann, ey, Bradschi von hinten. Schadet. Aber die Runde geht wenigstens gut ab. Boah, kann jetzt mal bitte einer, der hat diesen scheiß Cerberus weggeiern? Boah, ich schieße alles auf diesen Cerberus drauf und er überlädt einfach alles. Ey, woher haben die das alles, Mann? Alter, wie kann man nur mit Vorräten spielen? Was wollen die? Hat der mir jetzt ein Colette gegeben? Die endlich ist jetzt scheiß Cerberus im Arsch. Oh mein Gott, Zeit um des Todes, Zeit um des Todes. Ist ja auch richtig spannend. Jawoll. Triple kill. Geracht, nochmal. Also, und dann entscheiden natürlich die Tode, ne, ist klar, ne. Nein, ich hab 33 Tode. Alter. Aber, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Boah, danke. Boah, jetzt pass auf, jetzt geht's los. Mann. Mann. Ja, drei. Oh, wer ist geschützig, der hätte drei Kills auch. Also, noch insgesamt drei. Sauber. Jawoll. Ja. Nein, das wäre noch ein richtiger Big-Kill. Ey, das macht Riebel's Bock, echt. Oh mein Gott, ey, Alter, er spielt die Dredge. Oh mein Gott, Alter, die gehen ja so schnell down. Mit Dings. Oh mein Gott, jetzt hab ich rasiert. Ich schwöre, das war ein krasser Kampf-Fokus. Oh mein Gott, Alter, ich hab drei Kills gemacht. Oh mein Gott, Alter, Movement ist jetzt auch langsam wieder weg. Jawoll, ja, die Kills machen. Jawoll, ja Diggah, ja. Komm, Rudi. Bruder, Bruder. Ja, oh, nein, da kommt Brunchy. Alter, ich schwöre, das geht richtig ab. Am Anfang habe ich mich nicht richtig aufgeregt. Alter, scheiße, nur noch zwei Kids. Alter, was hast du gemacht jetzt? Komm. Jawohl, schon mit da rum. Ja, genau. Ich habe Drohne. Drohne raus. Oh mein Gott, das war movement. Das war einfach nur movement. Komm, oh, jetzt, oh, ja, Digga. Ja, ja. Aber muss man nicht sagen, Alter. Aber hier war richtig Action drin, wenigstens. Oh mein Gott. Mann. Alter. Er kennt nur oben, dieser kleine Schawina. Komm, wenigstens ist doch 70 Kids. Komm, wenigstens ist das. Da, bitte, da ist es. Nein. Komm, noch ein Kill. Ey, ich schuhe, geh mal bitte schnell in die Stelle. Nein. Ey, 69, 47. Keine schlechte Runde. Ey. Richtig gut gespielt. Richtig gut gespielt. 65, 7. Ne, 65, 44. 20 plus Kids. Ich auch. Ungefähr. 4 Kids mehr am Ende. Aber macht auch nicht viel aus. Er hat mehr Punkte gemacht als ich. Ja, Leute. Darauf würde ich erst sagen. Denn wir ein bisschen und tanzen und dabben, dab, dab. Sollen wir die Runde nehmen eigentlich? Okay, Leute. Das war's dann hier von der Runde. War eigentlich ein chilliges Live-Kommentary. Hier schon mal ein großes Dankeschön an den Eilite von dem NS-Squad. Und ja, Leute. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.